Herzlich willkommen zum Lernvideo über LMS-AT. Durch dieses Video darf ich Sie begleiten. Mein Name ist Elvira Mihaliz-Hanbauer. Ich bin Wirtschaftspädagogin und Mitarbeiterin im LMS-Team Burgenland. In den nächsten Minuten erfahren Sie Wissenswertes rund um LMS-AT, die Lernplattform, die österreichweit zum Einsatz kommt, und über die Grundfunktionalitäten im Bereich der Organisation, der Unterrichtssteuerung, des Lernen und Lehrens mit einer Lernplattform. Die Vielfalt der Anwendungen ist bei diesem Lerninformationssystem sehr groß, wie man hier erkennen kann. Es reicht von der direkten Unterstützung im Unterricht durch die Bibliothek, über die Unterrichtssteuerung, über Aufgaben, die Leistungsdokumentation und die Kompetenzen bis hin zu Funktionalitäten rund um die Kommunikation zwischen Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern. Mit eingebunden sind auch aktuelle Erweiterungen durch Office 365 oder Digi4School. Abgerundet werden diese vielfältigen Anwendungen durch verschiedene Einstellmöglichkeiten im Bereich der Administration, der Klassenverwaltung, aber auch im Bereich der Gestaltung von Portalen. Alle Module oder Anwendungen des Systems können wie einzelne Bausteine zusammengefügt werden oder auch nur als Einzelmodule genutzt werden. LMS ist als Gesamtkonzept in den Schulen gut verankert. Es ist eine E-Learning-Plattform für alle Schultypen ab der Sekundarstufe 1. Ein durchdachtes Schulungskonzept sowie Kooperationen mit diversen Bildungsinstitutionen, wie zum Beispiel die pädagogischen Hochschulen, ermöglichen eine umfassende Fort- und Weiterbildung aller interessierten Pädagoginnen und Pädagogen. Abgerundet wird dieses Schulungskonzept durch eine professionelle Betreuung und einen Support vor Ort oder aber auch im virtuellen Raum. Eine stabile Hardware und auch die entsprechende Sicherung aller Daten machen LMS-AT 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verfügbar. Das System wird im Bundesrechenzentrum gehostet und erfüllt damit auch die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung, die in den letzten Jahren an großer Bedeutung gewonnen hat. Laufende Erweiterungen für den schulischen Einsatz sowie ein großer Pool an kostenlos verfügbaren Unterrichtsmaterialien machen LMS-AT zu einer Lernplattform, die sich im Unterricht, aber auch außerhalb des Unterrichts großer Beliebtheit erfreut. Gehen wir nun in Medias Res und sehen wir uns die Praxis auf der Lernplattform an. Sofort nach dem Einloggen ins LMS über eine gesicherte Verbindung stehen alle Anwendungen sowie auch die eigene Portalseite zur Verfügung. Jeder User und jede Userin kann die eigene Portalseite nach den eigenen Bedürfnissen gestalten, was wesentlich zur Selbstorganisation und zur Erleichterung der Darstellung beiträgt. Außerdem verfügt jeder User über eine eigene LMS-Bibliothek mit einem Speicherbereich ähnlich einem Cloud-Speicher. In dieser Bibliothek können Materialien entweder in chronologischer Struktur, wie zum Beispiel hier nach Jahrgängen oder Klassen, aber auch in einer thematischen Struktur, wie nach Themen oder Bereichen bzw. Lehrplaninhalten abgelegt werden. Dies erleichtert später die Auffindbarkeit. Über die eigene Bibliothek ist es sehr gut möglich, auf alle anderen verfügbaren Bibliotheken, bei denen man ebenfalls Mitglied ist, zuzugreifen. So kann ich hier zum Beispiel auf die verfügbaren Bibliotheken in den Fachbereichen auf LMS for Teachers zugreifen. Es handelt sich dabei um unser internes Informationsportal, in dem Informationsmaterialien und Schulungsunterlagen für Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung gestellt werden. Diese können nun mit Verknüpfen ganz einfach in den eigenen Kurs- oder Lernraum übernommen werden. Diese Vorgehensweise erleichtert einerseits die Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien, die vielleicht in den vergangenen Perioden verwendet wurden und auch in diesem Schuljahr Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden sollen. Wenn wir von der Bibliothek als dem Zentrum des Lernens und Lehrens und damit als einem wichtigen Instrument zur Organisation des Unterrichts sprechen, ist es natürlich naheliegend, dass der Wunsch besteht, auch Materialien selbst auf diese Plattform zu bringen. Dies kann, wie ich hier zeige, über eine chronologische Struktur, ich bin hier im zweiten Jahrgang, erfolgen. Das Hochladen von Materialien ist relativ einfach und man sieht auch sehr gut, dass natürlich neben den herkömmlichen Dateiformaten wie Excel, PowerPoint, Word oder ähnliche auch sehr viele LMS-interne Materialien, aber auch die Einbindung von externen Lerninhalten wie zum Beispiel Learning-Apps, Learning-Quizzes, Kahoot, Quizlet und viele andere mehr auf jeden Fall möglich ist. Das Hochladen von Materialien erfolgt mittels Drag & Drop. Ich habe hier Materialien vorbereitet, die wir jetzt gemeinsam hochladen. Man sieht, es funktioniert eigentlich relativ rasch und reibungslos, abhängig natürlich von der Dateigröße, die schon auch eine Beschränkung hat. Widmen wir uns nun einer Anwendung, die mit der Bibliothek sehr eng zusammenarbeitet. Für die Unterrichtssteuerung und Unterrichtsevaluation werden Aufgaben verwendet. Nach dem Baukastenprinzip können jederzeit auch weitere Anwendungen in den eigenen Kurs aufgenommen werden. Ich füge hier die Anwendung Aufgaben hinzu. Über diese Anwendung ist es der Lehrerin bzw. dem Lehrer möglich, die Unterrichtssteuerung vorzunehmen. Aufgaben sind in der Regel Arbeitsanweisungen, die an eine große Zahl von Schülerinnen und Schülern einer Klasse verteilt werden können. Dabei ist es auch möglich, auf vorhandene Aufgaben in anderen Kursen bzw. offenen Communities zuzugreifen, aber auch welche aus archivierten Kursen zu holen. Die Erstellung der Aufgaben bedarf keiner besonderen Herausforderung. Mit neu können Aufgaben angelegt, aber auch leicht bearbeitet werden. Bei dieser vorhandenen Aufgabe sehen wir, dass sie eine Freischaltung mit Datum hat. Die Arbeitsanweisung wurde hier in das Textfeld eingegeben und gleichzeitig wurden auch Punkte vorgesehen. Für die kooperative Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schülern ist es auch möglich, eine Einsicht in die Aufgaben anderer Schülerinnen freizuschalten. Außerdem können bei den Aufgabenstellungen Aufgaben, die entweder separat hochgeladen oder aus der Bibliothek entnommen werden, beigelegt werden. Ein großer Vorteil ist die Beurteilung mit sogenannten Beurteilungskriterien, die bereits im Vorfeld einer Aufgabe definiert werden. So ist es für die Schülerinnen und Schüler jederzeit möglich, die geforderten Beurteilungsmaßstäbe zu kennen und sich danach zu richten. Nicht zuletzt können Aufgaben auch mit Musterlösungen versehen werden, die nach dem Benennen der Aufgaben allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden. Sie stellen sich jetzt sicherlich die Frage, wie Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort zu dieser Expertise gelangen können, wie LMS AT für die Organisation des Unterrichts am besten eingesetzt werden kann. Sie haben bereits einen Einblick in unser Informationsportal LMS for Teachers erhalten. Auch dort finden Sie alle Unterlagen in der Bibliothek als dem Zentrum des Lernens und Lehrens strukturiert, aufbewahrt und können so optimal aufgefunden und für die eigenen Bedürfnisse eingesetzt werden. Nach dieser kurzen Einführung ins LMS, in der ich Ihnen wirklich nur die Grundfunktionalitäten zeigen konnte, darf ich Sie einladen, unsere Informaterialien, unsere Schulungsangebote, unsere offenen Lernangebote, aber auch unsere individuellen Hilfestellungen gerne in Anspruch zu nehmen. Das LMS-Team Burgenland freut sich über Ihr Interesse und ist gerne für Sie da.